Das ist ein Galopsy in diesem Femmhaus. Sie entschuldigen, Sie werden es uns sicherlich gleich erklären, wie man es richtig ausspricht. Und vor allem werden Sie uns auch mit Ihrer Aufführung hier begeistern. Herzlich willkommen, bitte zu mir auf die Bühne. Die Tavi, höre ich gerade, ist die erste aus Bangladesch, die zu uns kommen wird. Einen Applaus für Tavi. Applaus Die Tavi, höre ich gerade, ist die erste aus Bangladesch. Die Tavi, höre ich gerade, ist die erste aus Bangladesch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020